Hallo zusammen! Das Auto von Mini Cooper, Natalia Fowk, die des Mordes an Daria Dugina angeklagt wird, wurde in der Nähe von Kief gefunden. Das berichtet die Zeitung Isvestia. Gemäß den Dokumenten, die ins Netzwerk gelangt sind, wurde das Fahrzeug mit der FIN-Nummer WMW XP5C53 K2H95275 im territorialen Zentrum des Innenministeriums des Dorfes Sofivskaya Borschergovka am 13. September 2022 registriert. Weniger als einen Monat später, am 8. Oktober, wurde es von einem ukrainischen Bürger aus der Stadt Witekuch im Kiewergebiet erworben, der sofort die Registrierungsnummer änderte. August, auf der Mozhaiska-Autobahn im Odinzowska-Bezirk des Moskauer Gebiets ums Leben kam. Ihr Auto wurde mit einem Fernsprengkörper in die Luft gesprengt. Der russische föderale Sicherheitsdienst erklärte am 22. August, dass die ukrainischen Geheimdienste hinter dem Mord an Dugina stecken. Der Darsteller ist Natalia Fowk, die am 23. Juli mit ihrer Tochter nach Russland kam. Nach Angaben des FSB reiste der Attentäter nach einer kontrollierten Sprengung der Maschine durch die Region Psko nach Estland. Am 2. November verhaftete das basmanische Gericht in Moskau Fowk in Abwesenheit. Ihr wird vorgeworfen, von einer Gruppe von Personen auf gefährliche Weise aus politischen Gründen oder anderen Hass begangen zu haben. Die Strafe unter diesem Artikel beträgt 8 bis 20 Jahre Haft. Der Angeklagte wird international gesucht. Die Höhlenmenschen haben einen Mord organisiert und verstecken den Mörder. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit. Finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle. Tochter! Förderbärm Ihnen lou es ä